Es leckt ziemlich... Junge, es leckt. Ich muss mein Wälder noch ausmachen bei mir mit dem Tabletter. Ich mach meinen Endwälder noch aus. Ich hab keinen Bock, dass ich da rausfliege oder so. Ich will halt schon aussterben. Geh auf den Bus. Oh, es leckt bei mir. Ja, in 1 Minute 30. 1 Minute 30. Ich guck grad nen... Hatten eben scheinbar bei nem YouTuber gesehen. Oh! Bitte bitte! Das wär auch geil, wenn wir mit nem Bus fähren, ne? Oder wollen wir warten, bis wir runterfliegen? Wollen wir einfach jetzt unsere Fallschirm? Ja, lass Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Fallschirm, Fallschirm. Ich bin draußen auf Fallschirm.de. Ja. Sonst landen wir auf dem Berg da hinten und nur in unserem Flugzeug. Alle gerade fliegen, Leute. Einfach nur gerade und warten. Einfach nichts machen. Das machen richtig viele. Eine Minute. Eine Minute. Das machen ihr wie alle gefühlt. Der ist jetzt so viel da oben. Guck mal! Bei Jakob drüben. Guck mal Jakob drüben. Guck mal Jakob drüben. Oh Gott, Hilfe! Wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Noch eine Minute. Eine Minute. In einer Minute kommt auch der Kreis. Das wäre dann voll lustig. Ich bin ziemlich weit unten. Ja. Was geht eigentlich noch? Da bewegt sich irgendwas, Alter. Bei Polarpeak. Nehm die Markierungen weg. Nehm die Markierungen weg. Nehm die Markierungen weg. Nehm die Markierungen weg. Die Nerven. Danke. Bei mir ist es 20 Uhr. Bei mir noch nicht. Ja. Oh. Ja bei mir auch. 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 Lol. 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 Was ist da? Wtf? Ich sehe das nicht so ganz. Oh Gott. Da. Wtf? 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 Ich bin genau auf Polarpeak. Hilfe. Was macht er? Nein. Nein. Bitte nicht. Oh Gott. Er schlägt auf mich. Er schlägt auf mich. Bitte nicht. Wtf? Alter. Was ist los mit ihm? Oh du bad boy. Ähm. Jungs? Ähm. Ich habe doch gesagt. Ich fliege. Ähm. Oh Gott. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Doch ein bisschen sich noch. Wtf? Digga, es ruckelt. Die Nacht! Die Nacht! Digga! Alles wird wie er weiß. War's das schon? Digga. Ich lande mal hier. Auch mir wird schon geschossen, Digga. Ja, die wird nicht hier. Wtf? Nein, nicht nicht. Justin töte ihn nicht. Ja, Digga. Das ist jetzt. Ich sehe. Die Eismonster sind locker. Komm wieder. Was? Welche Eismonster? Wo? Wo sind Eismonster? Ich sehe keine Eismonster. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Mach hier hoch. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich habe einen Kill, Digga. Haha. Geil, Digga. Wo sind Eismonster? Es gibt ja auch Challenges. Oh Gott, hier unten sind wirklich Eismonster. Hier unten. Nein, das ist sowas. Das ist Punkt. Das gleiche wie mit den Dingern, mit den Zombies, nur als Eismonster. Ich gehe raus, ich gehe raus, ich gehe raus, ich gehe raus. Das müssen neue Challenges jetzt noch sein. Ich gehe auch raus. Digga, wie war's? Das war so gut. Ich klipp's.